Ich werde jetzt eigentlich nicht über die große Firewall reden, sondern wie wir das Internet komplett umkrempeln. Die Firewall wird dann vielleicht davon betroffen sein, aber das werden wir sehen. So, wo soll ich anfangen? Nein, vielleicht mich kurz vorstellen, also ich war in Österreich bis zum Jahr 1999 und dann später kurz zwischendurch und ich war bei der Luga auch lange Zeit dabei und bin dann durch die Welt gereist und 2008 in China gelandet, wo ich jetzt quasi seit zehn Jahren bin und ich mache dort eine eigene kleine Firma und ich bin dort auch in der Gemeinde aktiv. Ich habe vier Jahre lang die Beijing GNU Linux ISO Group geleitet und ich habe da auch T-Shirts mitgebracht, die wir dann unter einigen von euch verteilen können. Ja und jetzt seit Oktober letzten Jahres bin ich zu diesem neuen Projekt gestoßen. Das nennt sich Elastos, das ist ein Betriebssystem und darüber werde ich jetzt heute Abend reden. So, bevor wir zu dem Technischen kommen, möchte ich ein bisschen auf die Geschichte des Internets eingehen, damit wir so einen Hintergrund verstehen, als die Internetentwicklung angefangen hat, ist man im Prinzip davon ausgegangen, dass allen Rechnern auf diesem Netzwerk, das sie da gebaut haben, vertraut werden kann, dass wir alle Administratoren kennen, dass wir wissen, wer da was macht und dass es keine bösen Leute gibt auf dem Internet. Und entsprechend sind die Internetprotokolle so entwickelt worden, dass im Protokoll selber keine Überprüfungen stattfinden, wer da jetzt wie wo was macht und praktisch jeder alles machen kann. Und deswegen haben wir jetzt Probleme mit Spam, weil das SMTP-Protokoll zum Beispiel uns keine Hilfe bietet, zu erkennen, was eine legitime E-Mail ist und was nicht. Und Denial-of-Service-Attacks gibt es auch, weil die Router nicht entscheiden können, was legitime Verbindungen sind und was nicht. Ja und dann geht die Entwicklung weiter. Jetzt haben wir Probleme mit den Cookies, die also so, ich sag jetzt mal, dahin gewurschtelt sind, dass die EU auf den Plan kommen musste und Gesetze geschrieben hat, um die Gesellschaft vor Cookies zu warnen. Ja, also das muss man sich ja mal vorstellen. Was wir hier produziert haben, ist so schlecht, dass es den Gesetzgeber braucht, um die Gesellschaft von unserem Produkt zu schützen. Also bitte, das hätten wir doch besser hinkriegen können. Das müsste nicht notwendig sein. Aber das ist jetzt da und das müssen wir halt besser machen. So, und dann kommt Internet-of-Things und das Ganze wird noch schlimmer, weil die ganzen Internet-of-Things-Geräte sind einfach hoffnungslos ungeschützt. Da kann, also da gibt es quasi keine Sicherheit, da kann, bei den meisten Geräten, die werden so schnell dahin gewurschtelt, dass da also jeder irgendwo leicht einbrechen kann und die Geräte für Sachen benutzen kann, für die sie nicht gedacht waren. Und deswegen sind wir jetzt auf den Plan gekommen, uns zu überlegen, wie gehen wir das an, wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus. Ein Gedanke dazu vorweg, wenn man sich einmal überlegt, wenn wir eine Veränderung erreichen wollen vom Gefühl her, denkt man sich, eine Änderung in kleinen Schritten ist leichter zu realisieren und kommt besser an. Die Realität ist anders. IPv6, wie lange warten wir jetzt schon darauf? 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre? Für den Endanwender ist IPv6 ein kleiner Schritt, weil sich im Prinzip fast gar nichts ändert. Technisch tatsächlich ist es aber ein Riesendrama, das zu implementieren und deswegen läuft es noch immer nicht und stattdessen hat man dann noch einen Workaround, einen anderen Workaround und so weiter gefunden und es wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Auf der anderen Seite haben wir Sachen wie Twitter, Facebook, das Web selber, dass für den Endanwender eine dramatische Änderung darstellt, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir mit dem Internet arbeiten. Trotzdem, obwohl das so eine dramatische Änderung ist, haben diese Systeme sehr schnell ihren Anklang gefunden, sind sehr schnell populär geworden. Schneller, als man es geglaubt hätte, bevor sie dazu gekommen sind, also als die Leute, die über Twitter geredet haben, das vorgestellt haben, hätte jeder gesagt, das benutzt doch kein Mensch, weil das ja ganz anders ist und Social Networks auch und das Web auch. Das hat man erst im Nachhinein gesehen, dass das doch wesentlich schneller angenommen wird, als die Leute das gedacht haben. Gestern hat mir auch jemand erzählt, mit den Elektroautos ist es genau das Gleiche. Das hätte vorher auch niemand geglaubt, dass das so schnell geht, dass sie jetzt plötzlich populär werden. So entsprechend, Elastos als Entwicklung ist eine massive Änderung. Es ist aber so leicht zu verwenden, wie ein Webbrowser. Brauchst du nur runterladen und dann kannst du es auf deinem Telefon zum Beispiel laufen lassen. So, was ist Elastos jetzt eigentlich? Da gibt es vier Punkte dazu. Es ist zum einen ein komplettes Set von APIs und Frameworks, geschrieben in C++. ein Distributed OS Runtime, wie setzt man das jetzt auf Deutsch, ein verteiltes Betriebssystem, eine verteilte Betriebssystem-Laufzeitumgebung, so heißt das glaube ich, mit End-to-End Security, also Sicherheit von einem Endpunkt zum anderen Endpunkt über ein Peer-to-Peer-Network. Die Elastos-Laufzeitumgebung ist gebaut, dass sie in Containern und virtuellen Maschinen und virtuellen Systemen laufen kann und sie benutzt die Blockchain für die Authentifizierung im Netz und noch für einige andere Sachen. Jetzt gehe ich hier mal diese Punkte alle der Reihe nach durch. Also zuerst die C++ API und die Frameworks. Es ist im Prinzip eine Sandbox für Applikationen, die in C geschrieben sind. Also eine C++ Runtime und da gibt es ein C++ Runtime Introspection System. Also zur Laufzeit kann ich Objekte analysieren und herausfinden, was das für Objekte eigentlich sind. Und das braucht man für ein verteiltes System, wo ich von einem Programm, das auf einem anderen System läuft, eine Nachricht kriege, ein Objekt kriege und ich muss dann rausschauen, ob das überhaupt passt, dass ich mit dem kommunizieren kann. Und das funktioniert normalerweise in Skript-Sprachen und in solchen Runtime-Compiled-Sprachen, also Python und Ruby und so weiter, funktioniert das sehr gut. Und in C, C++ gibt es das eigentlich nicht. Ich habe gesucht, es gibt ein oder zwei andere Ansätze, sowas anzubieten, ist aber nicht normal und gängig. Und die haben also da praktisch ein neues System geschrieben, um das dann genau möglich zu machen. Und dann haben die den kompletten Android-Stack, also die gesamte Android-Laufzeitumgebung, die ja in Java, Dalvik geschrieben ist, in C++ neu geschrieben. Und zwar kompatibel zu Android. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben das komplette Android-System in C++ neu geschrieben. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, also die Leute sind entweder wahnsinnig oder sie sind genial. Oder beides. Ja, oder beides, weil die Grenze ist ja immer, genau. Was denkst du dir jetzt? Ich bin noch unentschlossen. Ich sage mal, es hängt davon ab, wie weit das dann nachher von den Leuten angenommen wird, ob es sich gelohnt hat. Da ist eine ganze Menge Geld reingegangen. Das kommt dann später noch. Ja, warum? Warum haben die das gemacht? Drei Hauptgründe. Einmal Performance und Memory Footprint, also die Größe der Applikationen, was für IoT-Geräte noch relevant ist. Es ist natürlich, wie die Zeit läuft, wird es immer, immer weniger relevant, aber die Geräte werden auch immer kleiner und immer billiger. Also noch ist es relevant, noch macht es Sinn. Ein anderer Vorteil ist, du kannst dann C++-Applikationen schreiben in einem Android-Stil. Also das heißt, wenn du gelernt hast, wie man Android-Applikationen programmiert, dann kannst du das dann auf C++ übertragen, weil du dann plötzlich die gleichen APIs, die gleichen Funktionen, die gleichen Bibliotheken hast, die genau gleich funktionieren. Und du hast halt nur praktisch eine leicht andere Syntax und eben C++. Ja, so kann man sich das vorstellen. Wenn man Android-Programmieren gelernt hat, dann kann man praktisch die gleiche Logik, da rufe ich jetzt die Funktion auf, die mir da so einen Button macht und da rufe ich die Funktion auf, die mir jetzt da was auf das System schreibt und so weiter oder die Funktion, damit ich telefonieren kann. Und dann habe ich die gleichen Funktionen, nur halt in C++. Das heißt, ich muss also nicht jetzt eine komplett andere API lernen und eine komplett neue Framework leinen, sondern ich mache das dann genauso. Das ist halt vor allem dann auch, das ist der dritte Punkt, für das Übersetzen von existierenden Android-Applikationen, die kann ich dann in C++ neu schreiben, ohne dass ich viel drüber nachdenken muss, weil in C++ alles anders geht und ich jetzt alles anders machen muss, sondern ich kann praktisch die gleiche Logik, die gleiche Struktur verwenden. Frage dazu, kann man das auch automatisch tun, wenn es so einfach ist? Das ist eine gute Frage, die werde ich an die Entwickler weiterleiten. Ich denke, das ist zum Großteil nur eine Frage der Ressourcen, dass sich da jemand hinsetzt und ein vernünftiges Übersetzungssystem baut. Es ist aber durchaus im Bereich des Realistischen, dass man sowas andenkt. Ob das jetzt eine Priorität hat oder nicht, ist eine andere Frage, aber müsste möglich sein. Und gibt es eine Art Java-Runtime, dass ich eine unveränderte App auf dem laufen lassen kann? Weil das würde ja extrem viel bringen für die Akzeptanz. Ja, also es sind zwei Sachen. Zum einen, auf die Art und Weise, wie es im Moment installiert wird, läuft es in einem Android-Telefon zum Beispiel neben dem normalen Java-Zeugs. Das heißt, du kannst also deine Java-Applikationen noch normal laufen lassen, aber ursprünglich ist es auch für Native, für das Telefon direkt entwickelt worden. Das heißt, es rennt also auch direkt auf dem Telefonsystem und mit dem Ziel, dass es auch existierende Android-Applikationen dann laufen lassen kann, die dann halt gar nicht wissen, dass sie da eine C++-Bibliothek aufrufen und dann manche Sachen vielleicht doch schneller gehen als mit der Java-Bibliothek. Das ist aber alles, da gibt es keine Statistiken dazu, das ist nicht gemessen worden, das ist mehr vom Gefühl her und die Entwicklung ist da noch im Laufen. Danke. So, der zweite Punkt, Distributed OS-Runtime. Also, das muss man sich so vorstellen, dass praktisch auf jedem Gerät das Betriebssystem rennt und die Applikationen auf den einzelnen Geräten laufen und dann aber über das Netz, über ein Peer-to-Peer-Network miteinander kommunizieren können. Und das Betriebssystem dann dafür verantwortlich ist, diese Netzverbindungen herzustellen und abzusichern. Ja, das geht so weit, dass die Programme selber keine Internetverbindung mehr aufbauen dürfen, sondern die müssen beim Betriebssystem anfragen und praktisch sagen, ich möchte jetzt da mit jemandem eine Verbindung aufbauen, möchte eine Nachricht hinschicken und das Betriebssystem prüft dann, ob das akzeptabel ist, indem es dann zum Beispiel den Empfänger, an den Empfänger eine Anfrage stellt und sagt, da kommt jetzt eine Anfrage rein, da möchte jemand eine Nachricht schicken, kennst du den, erlaubst du das oder nicht? Und wenn der das dann erlaubt, erst dann wird tatsächlich diese Verbindung aufgebaut und dann kriegt das Programm einen Socket und sagt, hier, so, da haben wir jetzt Verbindung aufgebaut, da kannst du jetzt deine Nachricht reinschicken und dann könntest du miteinander kommunizieren. Ja, das ist ganz wichtig. Also das Betriebssystem hält, also, wie sagt man das auf Deutsch, stoppt die Programme davon, ihre eigenen Netzverbindungen aufzubauen. Ja? Geht das auch für die Apps, die dann schon drauf sind? Jein. Jein. Das ist eine Frage, wo die Entwickler mir eine vage Antwort gegeben haben, ja, wo es, also die einen sagen, eigentlich schon, das ist so zumindest die Idee, aber wenn man nachbohrt und dann ist es dann mit Sachen, die schon vorprogrammiert sind, dann doch nicht so sicher und es funktioniert eigentlich vorerst einmal nur mit den Programmen, die mit dem neuen System gebaut sind und kompiliert sind und also auch diese APIs verwenden. Da wäre es natürlich ideal, wenn das für alle automatisch funktioniert. Die Frage ist aber noch ein bisschen offen, da müssen wir mal schauen. Aber ich kann quasi alles raushauen aus meinem Android-Handy, kann dieses Betriebssystem installieren, kann sagen, ich will jetzt sauber werden oder sauber bleiben, installieren wir nur noch diese Apps, die quasi das Zertifikat haben, ich bin so ein 10 plus plus-Dings und dann kann ich, dann weiß ich, da gibt es dann dieses Operating System, was dann diese Fragen stellt und ein bisschen schaut, ob es nach außen, also ein bisschen mit dem Amt sozusagen tut. Das ist die Idee, dass wir da eben ein praktischer neues Ökosystem aufbauen, wo die Leute dann auch die entsprechenden Applikationen dafür schreiben und man muss die Applikationen dann schon auch umschreiben, weil eben diese Art und Weise, wie die Kommunikation funktioniert, ja auch es verändert, wie du deine Programmlogik schreibst. Weil ich ja dann erst mal diese Anfrage stellen muss, ob ich da überhaupt, ich möchte jetzt da an dem eine Nachricht schicken und so weiter und die alten Programme haben das ja nicht und das funktioniert dann nicht so automatisch. Da muss man dann schon umschreiben und die Hoffnung ist halt, dass eben die Leute dann sagen, ja ich installiere mir jetzt das Elastus da drauf auf mein Telefon und dann benutze ich vor allem einmal nur diese Elastus-Programme, die in dem Elastus-Runtime laufen und die anderen Programme versuche ich möglichst zu vermeiden und dann gibt es halt immer die eine oder andere Ausnahme, weil es halt eben zum Beispiel das Bikesharing-Programm gibt, was ich unbedingt benutzen will, was halt noch nicht auf Elastus läuft. Und ja, das ist dann eben da der Punkt mit der Anwendung und mit der Popularität. Also wenn das ankommt und die Leute das verwenden, dann geht das schnell, dann geht das gut und wenn es nicht ankommt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja, ich wollte nochmal auf die Technik da noch ein bisschen genauer eingehen. Also das OSI-Modell kennt das jeder hier. Ja, das ist ja im Prinzip so, du hast in den untersten Level, in den untersten zwei Layern ist die Hardware, dann der Netzwerklayer und das ist der Transport-Layer, das ist so mehr so Kernel-Level und dann so mit der Transport, der Rest ist in den Programmen selber. Das heißt, die Programme sind für die obersten drei bis vier Layer verantwortlich und machen das alles im Programm. SMTP ist ein gutes Beispiel. E-Mail, ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist diese End-User-Identifikation. Das Überprüfen, ob diese Nachricht von einer legitimen Person kommt. Die passiert bei E-Mail im Mail-User-Agent, also im E-Mail-Leseprogramm. Die passiert nicht im Mail-Transport-Agent, also nicht im E-Mail-Server. Der kann das gar nicht prüfen. Selbst wenn diese E-Mail mit einem Schlüssel signiert ist. Der Transport, der kann das nicht prüfen. Der hat keine Ahnung, ob das legitim ist oder nicht. Der kann diese Schlüssel nicht prüfen. Das kann nur der End-User machen. Und entsprechend muss der Transport-Agent und alles, was dazwischen ist, die müssen alle Mails durchlassen, weil die gar nicht die Kapazität haben, da eine Entscheidung zu treffen. Und SSH oder andere Sachen, es ist genau das Gleiche. Die Router und alles, was dazwischen ist, die haben keinerlei Möglichkeit zu überprüfen, ob irgendwas hier legitim ist oder nicht. Das passiert alles erst ganz am Ende im Programm, wo die Verbindung dann terminiert sozusagen. Und das ist eines der Probleme. In der Praxis tun sie es aber doch. Bei Mail-Servern werden zum Spam-Filtern eingesetzt. Ja, da werden Heuristiken verwendet, da wird, kurz gesagt, geraten, ob das legitim ist oder nicht. Und da passiert es dann immer wieder, dass dann legitime Mails nicht durchkommen. Und das ist ein Problem. Ich bin, als E-Mail-Empfänger bin ich absolut dagegen, dass mir irgendein Server dazwischen entscheidet, was ich empfange oder nicht. Weil der das gar nicht weiß. Der hat nicht die Kapazität dazu zu entscheiden, ob ich diese Mail haben will oder nicht. Nur weil du gesagt hast, sie lassen alles durch. Ja, sie tun es nicht. Der Punkt ist, sie müssten es aber. Ja, um wirklich, weil sie diese absolute Entscheidung nicht, sie können nicht mit absolut hundertprozentiger Sicherheit entscheiden, ob etwas legitim ist oder nicht. Ja, das kann nur der Endempfänger machen. Ja, also nochmal. Die Identifikation, von dem Sender und Empfänger, von den tatsächlichen Personen, die involviert sind, das passiert im Application Layer. Und jedes Programm ist für seine eigene User-Identifikation verantwortlich. Ja, und Spam passiert, weil wir diese Identifikation nicht schon vorher machen können. Und den E-Mail-Server-Service-Trags auch, weil wir eben in den Routern diese Identifikation nicht machen können. Ja. So. Nochmal das OSI-Modell, aber jetzt mit Elastos dazwischen. Ja, und da sieht man jetzt, dass Elastos quasi diese ganzen Layer von dem Application Layer bis zum Transport Layer übernimmt und die Applications selber nur noch ganz oben im letzten Eck sitzen und tatsächlich die Arbeit machen, die eine Applikation machen sollte. Ja. Und die User-Identifikation, das ganze Netzwerk verbinden und so weiter, das passiert im Betriebssystem. Ja. Also Elastos schiebt die Identifikation oder nimmt die Identifikation der Kommunikationspartner von dem Application Layer weg und damit lösen wir das Spam-Problem, lösen wir den Nile-Service-Attacks und Würmer und Viren und so weiter sind damit quasi unmöglich gemacht. Und die Identitäten in dem Applikations-Server, das habe ich jetzt vorhin nicht genau erklärt, es hat ja auch jedes Programm seine eigene User-Datenbank. Ja, ein Mail-Server hat eine Liste von Usern, ein SSH-Server hat eine Liste von Usern, traditionell hat diese Liste von Usern immer mit den Usern, die in einem Unix-System zum Beispiel eingerichtet sind, übereingestimmt, muss aber nicht. Die Mail-Server haben sehr früh eine andere User-Datenbank gekriegt und auch in SSH theoretisch könnte ich eine User-Datenbank haben, die mit den sogenannten Unix-Usern in einem System gar nichts mehr zu tun haben. Die könnten also auch von ganz woanders sein. Und jedes Programm hat dann praktisch seine eigene Quelle der Wahrheit, wie man so schön sagt, was denn jetzt ein legitimer User ist oder nicht. und ein SMTP-User, der Martin heißt und ein SSH-User, der Martin heißt, müssen dann auch nicht dieselbe Person sein. Die können verschieden sein, sie können gleich sein, das kann das System gar nicht entscheiden. Wir ersetzen das Ganze dann mit sogar globalen Identitäten im Betriebssystem, auf Betriebssystem-Ebene. Dass also die Anwendungen selber keine Benutzerverwaltung mehr machen, sondern auf die Benutzerverwaltung des Betriebssystems zurückgreifen, die dann netzwerkübergreifend ist, weil wir diese globalen Identitäten auch auf einer Blockchain speichern, wo man sie dann finden kann und verifizieren kann. Ja? Vielleicht ist meine Frage ein bisschen naiv, aber wie man es hingestellt, eigentlich läuft doch eben Layer 4 und 5 und so nicht auf dem Kastl, was mein Computer ist, ab, aber das Elastus läuft ja auf meinem Kastl ab, oder? Nein. Also wird das jetzt von irgendwelchen Routern so irgendwas weggenommen? Layer 4, 5, 6 und 7 laufen alle in deinem Kastl ab. Sogar Layer 3. Layer 3 läuft auch in deinem Kastl ab. Eigentlich alle Layers laufen in deinem Kastl ab. Also sie laufen in meinem Kastl ab, aber sie laufen nicht mehr in der Application alleine ab, sondern quasi das Elastus sagt, ha ha ha, ich bin der Türsteher und alles, was jetzt hier reinkommt mit den Protokollen, die da halt alle stehen mit 4, 5, 6, die schnappt sich das Elastus und sagt, die schaue ich mir aber erst einmal an, ob mir deine Nase passt und überhaupt. Genau. Wenn mir deine Nase passt, dann kommst du zur Application rüber und wenn mir deine Nase nicht passt, kommst du nicht zur Application rüber. Genau. Genau so ist es. Also jetzt halt Android, wenn du es benutzt, einfach halt so, darf ich eine noch undermale, darf ich nicht einen Satz aufsagen? So wie wenn jetzt so eine Android-Application, die möchte natürlich unbedingt denen, die das programmiert haben und denen, die das bezahlt haben und so weiter, nur viel Informationen über so einen Mensch, dem das Handy eigentlich gehört haben sollte und das Elastus steht in der Türsteher dazwischen und sagt so, naja, also mit einer Elastus-Application kannst du es vergessen, du kriegst jetzt von mir nichts lieber her, oder so? Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Ich bin mit dem Türsteher, der 4, 5, 6 abgreift. Ja. Danke. Als End-User frage ich mich, und wer oder was informiert den Elastus, was er jetzt durchlassen darf oder nicht? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Das ist das klassische Problem, wie verifiziere ich eine Identität? Ja, das Problem, da gibt es Dutzend verschiedene Lösungen, Pgp-Key-Signing-Partys zum Beispiel, damit man die Pgp-Schlüssel, die Leute sich selber machen, dann verifizieren kann und über Network of Trust irgendwie dann, wenn ich dann von einer dritten jemanden so einen Key kriege, dass ich dann, wenn ich die drei anderen kenne, die den signiert haben, dann dem vertraue, dass der tatsächlich legitim ist. Ja, ist es ein schwieriges Problem. Noch schlimmer ist es mit den TLS-Signierungen für die Webseiten, wo es ja Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von verschiedenen Autoritäten gibt, die alle unabhängig davon in der Lage sind, die in Anführungsstrichen Echtheit einer Domain zu verifizieren. Und dann kann ich, und das ist ja auch vorgekommen, von zwei verschiedenen Autoritäten verschiedene Schlüssel haben für dieselbe Domain und dann weiß ich schon nicht mehr, welche davon wirklich echt ist. Das ist ein konkretes, ein reales und ein schwieriges Problem, wie man das löst. Und ich glaube nicht, oder ich glaube, dass es die Lösung dafür noch nicht gibt und dass die noch entwickelt werden muss. Und ich hoffe, dass sie im Rahmen dieses Projekts vielleicht entwickelt wird, aber wir werden da wahrscheinlich auch noch viel mit experimentieren müssen. Es ist aber auch in anderen Systemen, also um noch ein Beispiel zu bringen, jetzt mit den Chat-Applikationen und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei WhatsApp funktioniert. Ich habe jetzt dieses WeChat aus China zum Beispiel. Da habe ich jetzt gerade bei meinem Onkel dieses Programm installiert. Dann hat er sich da angemeldet mit seiner Telefonnummer. Also das heißt, die Applikation hat diese Person über die Telefonnummer sozusagen identifiziert und dann hat er meinen ID rausgesucht und eine Connection-Anfrage an mich gestellt. Und dann kriege ich die und dann kriege ich die Warnung, dass wir diesen Menschen nicht kennen. Der hat noch nie was im Netz gemacht. Der ist nicht vertrauenswürdig. Und da ich natürlich wusste, dass der das jetzt gerade installiert hat und ich gesehen habe, wie der die Anfrage gestellt hat, wusste ich natürlich, dass das legitim ist. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass irgendjemand anders da sich was installiert und dann vorgibt, mein Onkel zu sein. Und ich habe dann keine Möglichkeit, das zu verifizieren, wenn ich nicht einen anderen Kanal habe, um bei meinem Onkel nachzufragen, hast du da jetzt das installiert und bist du das oder ist das jemand, der versucht da, ein anderer hat in einer Gruppe von der Woche erzählt, der hat da plötzlich Anfragen von zwei Leuten gekriegt, die kürzlich neue IDs erstellt haben von Leuten, die er schon kennt. Wo er den Kontakt schon hat, die dann plötzlich eine neue ID haben und das kann ja gar nicht sein. Das ist ein schwieriges Problem, wie man diesen Erstkontakt herstellt. Idealerweise persönlich, weil man jemanden trifft und dann kann man den Kontakt direkt herstellen, dann ist das natürlich sicher und vertrauenswürdig, aber das wird nicht immer gehen und ich glaube, da werden wir noch viel experimentieren müssen, um da wirklich auf eine geeignete Lösung zu kommen, die wirklich funktioniert und vertrauenswürdig ist und sicher ist. noch zum, um da jetzt noch weiterzumachen, also die IDD-Diäten werden also global verwaltet. Global heißt jetzt nicht tatsächlich weltweit global, sondern letztendlich nur Netzwerk global. Also du kannst natürlich ein Netz haben, wo du dann eine Gruppe von Identitäten hast und dann hast du woanders ein Netz. Wenn die zwei Netze keine Verbindung miteinander haben, dann müssen die auch nicht die gleiche User-Datenbank haben. Aber im Prinzip ist es im praktischen Sinne global, dass du halt eine globale Blockchain-Datenbank hast, wo alle User da drinnen gespeichert sind. Und dann gibt es ein Peer-to-Peer-Network, wo das Betriebssystem dann die User findet. Also ich habe dann kein Tun mehr mit IP-Adressen und DNS und so weiter. Das fällt dann alles weg, weil ich nur die Identität suchen muss über das Peer-to-Peer-Network und dann sagt mir der, der ist jetzt da und der kann dann verifizieren, weil das ja dann verschlüsselt ist, dass es auch die richtige ist und dann geht das an die richtige Adresse. Der nächste Punkt, also Elastus Runtime ist entwickelt für Container, für virtuelle Maschinen, für virtuelle Laufzeitumgebungen. Also muss ich das so vorstellen, wie eine C++ virtuelle Maschine, so ähnlich wie eine Java virtuelle Maschine, halt für C++. Und dann gibt es dann auch keinen Java-Native-Interface mehr, weil man ja im Java ab und zu mal doch was machen muss, was in Java nicht geht und das in C schreiben muss und das Problem haben wir dann nicht mehr, weil wir ja schon auf C-Level sind und wir haben die Sandbox auf dem C-Level und wir müssen deswegen also auch nicht mehr aus der Sandbox raus, um Sachen machen zu können, die in Java halt nicht gehen. Also praktisch erweitert Elastus das Spektrum der Sprachen, die ich benutzen kann, um Applikationen zu schreiben. Ich kann natürlich noch weiterhin in Java-Applikationen schreiben, ich kann Skriptsprache verwenden oder ich kann halt in C, C++-Applikationen schreiben, wenn man entsprechend auf dem Level arbeiten möchte. Und man arbeitet dann eben, wie du schon gesagt hast, in einem Android-ähnlichen Programmierstruktur oder in einer ähnlichen Arbeitsweise, wie man eben Applikationen herstellt und produziert. Ist das in Zukunft oder kann man das jetzt schon? Also wenn man jetzt Entwickler ist, kann man das schon? Die Runtime ist im Prinzip fertig und im Prinzip kann man das schon, ja. Was jetzt noch nicht geht, ist das Netzwerk und entsprechend kann man noch keine Netzwerk-Applikationen schreiben, aber Applikationen kann man schreiben. Ich habe ein Telefon da, auf dem Elastus läuft, das kann ich euch vorführen. Das geht im Prinzip schon, ja. So, die Blockchain. Der letzte große Punkt. Was machen wir mit der Blockchain? Ein wichtiger Punkt, die Blockchain zu benutzen, ist, um eben diese User-Datenbank zu verwalten, ja. Es ist jetzt nicht zwingend notwendig, von dem reinen Elastus-Konzept, dass man da Blockchain dafür verwendet. Blockchain bietet sich aber an, in der Art und Weise, wie es funktioniert. Das ist eine praktische, sinnvolle Anwendung für die Blockchain. User-IDs, Application-IDs und auch Maschinen, also Gerät-IDs können dann alle irgendwie auf der Blockchain gespeichert sein. Das heißt, ich muss sie nur einmal verifizieren und im Moment, wo sie verifiziert sind und ich sie auf der Blockchain wiederfinde, kann ich dann auf Dauer darauf dann vertrauen. Ja, man kann dann auch Applikationen implementieren, die selber die Blockchain verwenden. Also diese, ich sage jetzt inzwischen schon mal, klassischen Blockchain-Applikationen, zum Beispiel Digital Asset Management, also das Verwalten von digitalen Daten über die Blockchain. Das geht dann auch. Und es gibt dann auch eine Elastus-Coin oder Token, damit man auch Märkte und solche Sachen produzieren kann. Was heißt jetzt Application-ID? Heißt das, dass meine Anwendung, meine Instanz, die bei mir am Gerät läuft, eine ID hat? Also wenn du eine Application schreibst, dann ist da ja da der Source-Code und auch ein binäres Format, dass du dann irgendwie, dass du dann, genau, dass du dann auch mit einem Schlüssel signieren kannst und dann eben auf der Blockchain speichern kannst und dann kann ich eben sehen, dass du und ich die gleiche Version verwenden. zum Beispiel. Das heißt, wo ein Security-Problem ist und du weißt das und es gibt dann die neuere Version und du sagst es mir, kann ich über die Application-ID checken, dass ich eh die habe, wo das gepatcht ist. Genau, zum Beispiel und auch Viren wirst du nicht auf der Blockchain finden. und deswegen können wir solche Viren und solche unerlaubten Würmer und Programme Das Konzept verhindert Mellware nicht, es verhindert das anonyme Einschleusen Daten. Ja, da hast du recht. kann, weil ich ja dann auch dann praktisch dann nur noch auf der Blockchain-Liste nachschauen muss. In dem Moment, wo ein Programm als schlecht identifiziert ist, kann man das dann allen mitteilen und dann wie die Dynamik da sich entwickelt wird, das ist natürlich auch noch eine interessante Frage. Das heißt, die Blockchain-ID ist ein Sperrmechanismus vorgesehen, für User und für Applications? Keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich die Entwickler fragen, ist aber eine gute Frage, wie man dann tatsächlich dann mit solchen Sachen umgeht. Ich gehe mal davon aus, dass ja, weil der Sinn ist ja, dass du über die Blockchain überprüft, ob dein Programm legitim ist und irgendwas muss es da ergeben, um das dann zu verifizieren. Ich wollte die Digital Assets noch ein bisschen ausführen, was das eigentlich ist, was man sich darunter vorstellt und warum das wichtig ist. Es gibt heute zwei Möglichkeiten, digitale Daten zu verteilen. Also entweder sind die frei zum Verteilen mit Glue-Lizenz oder Creative Commons und so weiter oder es gibt einen Distributor, der das sehr fest kontrolliert, wo wer das sich jetzt anschauen darf und der dann möglicherweise entscheidet, dass du dieses Buch, was du dir vor drei Monaten gekauft hast, jetzt nicht mehr anschauen darfst und es von deinem Gerät löscht. Ich weiß nicht, die Geschichte mit Kindle und Amazon, ich weiß nicht, wie lange das inzwischen her ist, hat der jeder mitgekriegt. Also man kauft das Buch nicht mehr. Das Buch war 1984, das habe ich das. Ja, genau. Das Buch, das war der Titel, ja. Das war sehr passend. Man kauft eben digitale Daten nicht mehr, sondern man leitet sie sich aus und der Hersteller, der Distributor kontrolliert, wie lange du dir das ausleihen darfst und nimmt es dir weg, wann es ihm passt. Mit Digital Assets auf der Blockchain können wir das anders machen. wir können die digitalen Daten auf der Blockchain registrieren und wir können registrieren, wer der jetzige Besitzer von einem Block von Daten ist, einen Film zum Beispiel oder einem Buch und wenn du dann als Besitzer registriert bist, hast du dann damit auch die Möglichkeit, das weiterzugeben, zu verschenken oder zu verkaufen und wir machen es damit quasi möglich, dass wir diesen sogenannten Secondary Market, wie es im Amerikanischen heißt, wieder mit digitalen Daten ermöglichen. Da gibt es ja diese First Sale Doctrine, für gedruckte Bücher zum Beispiel, wenn jemand ein Buch verkauft oder wenn jemand ein Buch kauft und darf er damit machen, was er will und der ursprüngliche Hersteller von dem Buch kann es nicht unterbinden, dass der Käufer das Buch weiterverkauft oder sonst was damit macht. das ist ein wichtiges Recht und das wird eben im digitalen Bereich eben durch dieses Leasing praktisch unterhebelt und mit Digital Assets auf der Blockchain können wir das sozusagen wieder realisieren. Es ist natürlich gegen den Gnu-Gedanken, dass wir alles möglichst mit allen teilen sollen, aber es ist doch wesentlich besser als dieser Würgegriff, den die Distributoren auf die Daten jetzt haben. Habt ihr da ordentliche juristische Stakeholder auch im Projekt? Also gibt es anwältliche Menschen, die da auch mitdesignen, damit dann nicht juristisch dann einfach mal irgend so ein Anwalt von so einem Walt Disney oder Ehrlichem macht, macht ein und dann ist das Elastos halb hinig, weil der macht mit seiner Anwaltschar und ein bisschen diabolisch? Ich würde das mal sagen, noch nicht. Die Applikation für das Verteilen von Digital Assets ist auch noch nicht geschrieben. Das heißt, da ist also noch Zeit, dass wir das dann entsprechend entwickeln und da wird es dann auch verschiedene geben. Das ist eine Anwendung, eine sehr wichtige Anwendung, die wir dann am Anfang auch forcieren werden. Das ist eine von den ersten Anwendungen, die wir für das System entweder selber produzieren oder Partner mit Partnern produzieren lassen, aber das wird dann sicher nicht nur eine einzige Lösung geben, da wird es dann verschiedene Märkte oder verschiedene Ansätze geben, um das Verteilen zu lösen. Da ist noch Raum für Experimentierung, da ist noch Raum zum Ausprobieren und da kann man dann schauen, welches wie besser funktioniert und wie das dann legal tatsächlich zu funktionieren hat. Ich glaube, dass der juristische, der machtpolitische Aspekt von sowas wie Verwertungsrechten vor allem in den USA involviert sind, ist der technische Teil eh Park, aber der juristisch politisch ist. Ja, da hast du völlig recht. Ich glaube, ich spreche es einfach mal an, weil ich denke, ich bin im Augenblick auch jemand, der hortet und Eigentum generiert in mancher Hinsicht bei Dingen, wo andere aktiv, fleißig jetzt gerade streamen und so Sachen und denken, was ich habe das habe. Ja, da müssen wir dann auch schauen, wie sich das entwickelt. Ich gehe mal davon aus, die Art und Weise, wie es funktionieren wird, ist, dass unabhängige Autoren und kleine Autoren zuerst damit anfangen, statt dass sie versuchen, ihre Bücher und ihre Filme an Distributoren zu verkaufen, das dann über die Blockchain selber zu distributieren. Ein Alternativmarkt, genau, ein Alternativmarkt, die im System nicht dabei sein wollen. Genau, und damit dann das System praktisch testen und verifizieren und dann irgendwann sich herausstellt, das hoffentlich, dass das so populär ist, dass dann die großen Firmen da auch mit rein müssen, damit sie ihren Content verkauft kriegen. Ja, kommen wir aber dann doch wieder zur technischen Frage, nämlich, wie, ich meine, es ist schön, dass dann in der Blog-J steht, dass dieses, diese Ausgabe dieses Buchs jetzt dem Martin Bär gehört, aber sozusagen, wie entforce ich dann, dass es jetzt du lesen kannst und ich nicht mehr, obwohl es mir vorher gehört hat und ich den Bichthaufen nach und vor meiner Festplatte habe? Ja, das ist, das ist, das passiert dann in der Applikation, die, die praktisch dir das Lesen des Buchs erstmal ermöglicht macht. Es geht aber nur dann, wenn ich die Applikation nicht ändern kann. Wenn die Applikation eine Source ist, dann kann ich ja genau das für ein unglücksbares Problem halten. Das ist, das ist, das ist ein, das ist ein, sagen wir mal, ein guter Kritikpunkt, da muss man dann, aber deswegen, da wird eben noch experimentiert, wie das wirklich funktioniert. Eine, eine Idee ist, dass du den Content selber in, mit dem Programm gemeinsam verteilst. Mit dem Leseprogramm gemeinsam verteilst und dass das Programm dann, du praktisch, du kriegst den Content gar nicht, wenn du nicht das Programm, das auch auf der Blockchain registriert ist, nicht dafür benutzt, um das Ding anzuschauen. Es ist, es ist dann eben, ja, das Programm ist dann in dem Sinne nicht mehr, nicht mehr für Open Source. Da muss man dann schauen, beziehungsweise die binäre Version ist nicht mehr. Du kannst ja den Source, ja kannst du ja veröffentlichen und Leuten ermöglichen, ihre eigene Version von dem Programm zu schreiben, aber die Version, wo der Film mit reingeladen ist, die ist dann praktisch zusammenkompiliert mit dem Film und du kriegst das als Binärpaket und musst es dann so nehmen, wie es ist, wenn du den Film anschauen willst. Also das ist eine interessante Frage, also das interessiert mich auch, ja, mich interessiert dann auch, wenn ich dann so einen Film über die Blockchain kriege, ob ich den dann kopieren kann oder ob man das System aushebeln kann. Die Frage ist natürlich auch, ob man das Problem hundertprozentig lösen muss. Ja, zum Beispiel. Seit es Netflix und so weiter gibt, werden ziemlich sicher weniger Filme über Kinox, Du oder ähnliches verteilt, weil es einfach billig und einfach ist, zu dem Film zu kommen. Die meisten Benutzer machen ja nicht etwas Verbotenes, nur damit es verboten machen, sondern sie machen das, was am einfachsten und angemessen ist. Das ist richtig, genau. Da kann es eben sein, dass wir hoffentlich dann dem Konsumenten damit praktisch nahe genug kommen, dass das System dann einfach angenommen wird und einfach funktioniert. Das kann durchaus hoffentlich so passieren. jetzt kann ich noch ein bisschen zur Geschichte erzählen. Also dieses Projekt hat im Jahr 2000 angefangen. Blockchain gab es damals noch nicht, also es ist kein klassisches Blockchain Projekt in dem Sinne, sondern es ist ein Betriebssystem Projekt, das war von Anfang an, also in der ersten Version war die Idee, wir wollen ein Mobiltelefon Betriebssystem bauen und dann sind dann Android und iOS zuerst da gewesen, fertig geworden und haben also quasi das Rennen verloren und dann war das Projekt erst einmal auf Eis, das war so 2007, 2006, 2007, wo die dann einmal aufgehört haben damit und dann 2012 kam dann Foxconn und hat also gemeint, die wollen jetzt ein Betriebssystem für IoT und für Mobilgeräte haben und haben also dann 25 Millionen Euro, 30 Millionen Dollar investiert, um das zu entwickeln und das hat Beta-Status erreicht und dann haben sie da aus welchen Gründen auch immer auch das Interesse wieder verloren und zum Glück war das Ganze dann so strukturiert dass der ganze Code was also das was da die 30 Millionen Dollar was da produziert wurde dass das jetzt frei Software Open Source ist und praktisch weiter genutzt werden kann also das Geld nicht 100% in den Sand gesetzt worden ist also da denke ich mir dann immer wie viele andere Investitionen solche Firmen machen wo dann am Ende gar nichts rausschaut weil die den Code den sie da produziert haben nicht veröffentlichen wie viel Geld und wie viel Arbeit da wirklich versackt dass wir nicht sehen und das ist in Firmen oder auch in der Akademie wird viel produziert was dann nachher irgendwo nicht mehr weiterentwickelt wird und dann tot ist und sowas tut mir dann einfach weh und dann wenn ich sehe dass 30 Millionen Dollar investiert worden sind und dann ist der Code noch da und nützt der Gesellschaft was wir können was damit anfangen und wir können es weiterverwenden das war bis 2012 bis 2016 also hier sind so ein paar Geräte die die wir zum Laufen geklickt haben mit Elastos ein Smart Router Banana Pi vorhin gerade erwähnt worden ein Smartphone ich habe das Telefon da das könnt ihr euch anschauen und auch Raspberry Pi 3 und so weiter also das läuft das funktioniert es hat natürlich noch einiges an Arbeit um es wirklich für den Endanwender praktisch nutzbar zu machen aber es sind schon ziemlich weit gekommen und dann haben Foxconn das Interesse verloren und dann war der nächste Schritt wie machen wir jetzt weiter und dann sind wir auf Blockchain gekommen um die Identitätsfrage zu lösen und im letzten Jahr wurde da gearbeitet dann gab es Bitcoin Investoren die haben 4000 Bitcoins von privaten Investoren gekriegt und jetzt im Jänner gab es ein ICO wo dann nochmal 2500 Bitcoins eingesammelt worden sind und ja wie geht es weiter die Runtime läuft eben schon das ist im Prinzip schon mehr oder weniger fertig und was da wirklich nur noch passieren muss ist vor allem testen 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 jetzt wird das Peer-to-peer Netzwerk entwickelt die Blockchain ist natürlich im Laufe des letzten Jahres entwickelt worden und läuft jetzt auch in der ersten Form und geht natürlich auch noch weiter und wir fangen an mit Entwicklungspartnern dann bestimmte Applikationen wie zum Beispiel Titled Assets und ähnliches zu produzieren damit das ganze Projekt dann auch verändern wenn er tatsächlich interessant wird erst wenn wir solche Endanwender Programme haben können die Leute das ja auch erst wirklich benutzen dann weiter geht es dann darum ein Entwicklungs Ecosystem zu bauen für Blockchain Applikationen das also praktisch man kann eben normale Applikationen schreiben Netzwerk Applikationen schreiben und man kann dann aber auch Blockchain Applikationen schreiben was man zum Beispiel auf Ethereum heutzutage machen würde da gibt es dann ein Konzept das nennt sich Sidechains so dass eine Blockchain Applikation nicht alles auf die Haupt Chain packen muss das ist ein Problem das Ethereum hat das alles auf der Haupt Chain läuft und die Chain dann entsprechend massiv überlastet wird und das lösen wir eben dadurch dass nicht alles auf der Haupt Chain laufen muss und für bestimmte Applikationen dann macht es Sinn dass die ihre eigene Chain haben und umabhängig von der Haupt Chain laufen dann gibt es ein Framework für Web Applikationen dass du auch praktisch in einer Webseite eine Applikation laufen lassen kannst die das Elastos Networking benutzt und nutzen kann und am Ende dieses Jahres wird dann das Public Mining für die Elastos Coins Elastos Tokens eröffnet und dann ja also es wird noch ein bisschen dauern bis bis wir eine praktische Anwendung haben hoffentlich werden wir die ersten Demos im Laufe des Jahres dafür zu sehen bekommen ja wo sitzen jetzt die Menschen die da mitarbeiten wie viele sind das ungefähr was haben die für einen Hintergrund und so weiter und was ist deine Rolle wenn du das erzählen magst ja kann ich kann ich da kann ich was dazu sagen also das Team ist bis jetzt rein China der Mensch der da im Jahr 2000 damit angefangen hat der also ein Chinese der hat vorher für Microsoft gearbeitet und er hat wie er sich selbst beschreibt ist er wohl der erste chinesische der älteste chinesische Entwickler der in diesem in diesem Feld arbeitet also für den für den China Bereich war der erste der damit sowas angefangen hat da gibt es ein interessantes Geschichte was er mir erzählt hat ich weiß nicht ihr kennt sie alle Bitcoin wie das angefangen hat da gibt es diesen Satoshi von dem man nicht weiß ob er echt ist und er hat dieses dieses Dokument geschrieben wo er diese Bitcoin beschreibt und da zitiert er eine andere Person ich habe jetzt den Namen von dieser Person vergessen aber der Shenrong der dieses Elasus Projekt gestartet hat der hat in dem gleichen Ort gewohnt wo diese Person die Satoshi zitiert auch gewohnt hat wo der als kleiner Bursche rumgelaufen ist und hat Shenrong als Onkel bezeichnet wie das so im chinesischen üblich ist dass jede ältere Person jeder Bekannte als Onkel bezeichnet wird die kennen die kennen also den gibt's und unser Chef kennt den wer ist jetzt der Onkel der Shenrong der das Projekt gestartet hat der kennt den das hat er natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst was da natürlich das war ein kleiner Knirps zu dem Zeitpunkt ja und da gibt's auch noch eine andere Geschichte der Shenrong hat mit den Firmengründern von den zwei oder drei größten IT-Firmen in China zusammen studiert also ich glaube ich weiß jetzt nicht mehr Lenovo glaube ich und noch ein zwei andere hat mit denen also zusammen studiert das heißt der gestartet hat der ist auch noch dabei der ist auch noch dabei ja hier genau der hat also wie gesagt 2000 damit angefangen und er hat so also du hast nach dem Entwicklerteam gefragt das Kernteam sind ungefähr 20 Leute die sitzen in Peking und in Shanghai und sie sind zum Großteil bestehende aus Leuten die also im Laufe der letzten 18 Jahre an diesem Projekt schon gearbeitet haben mit Shenrong und dann das entsprechend weiterentwickelt haben dann gibt's da noch einen ungefähr 20 oder 30 Teilzeit Mitarbeiter die auch zum Großteil zum Beispiel als als Foxcon da investiert hat da Vollzeit an dem Projekt gearbeitet haben und dann natürlich als die Finanzierung zu Ende war sich andere Jobs gesucht haben aber jetzt dann wieder Teilzeit da weiter mitarbeiten das heißt es ist ein richtiger Job die Leute machen die Leute werden dafür bezahlt dass sie da dran arbeiten ja also das im Moment die Bitcoin die wird das also praktisch über diese die Bitcoin Investitionen die jetzt da sind finanziert und meine Rolle ist eine internationale Entwicklergemeinde aufzubauen also das Projekt für Entwickler außerhalb von China interessant zu machen damit wir eine breitere Entwicklergemeinde kriegen also zum einen um Applikationen zu entwickeln zum anderen aber auch um ein Betriebssystem selber mitzuentwickeln also wenn sich jemand also praktisch für die Philosophie und für die Ideale die dieses Betriebssystem angeht interessiert da hoffe ich dass es doch da den ein oder anderen Entwickler gibt der dann da da mitmachen möchte und entsprechend meine Strategie dass ich jetzt von einer Open Source Free Software Konferenz zu anderen gehe und diese Vorträge halte letzte Woche war ich in Brünn und habe den ersten Vortrag gehalten da war ich dann noch sehr nervös weil ich das dann vorher noch nie wirklich gemacht habe und habe geschaut wie das dann wirklich geht jetzt hier Ende der Woche bin ich dann in Brüssel bei Forstam im März dann in Los Angeles Scale Singapur Forstasia und so weiter und ich mache dann auch ich habe jetzt letzte Woche angemeldet da gibt es eine C++ Konferenz in Colorado wo ich dann nicht über das ganze Betriebssystem reden werde sondern wo ich dann im Speziellen auf diese auf dieses Runtime Inspection System eingehen werde und das mit den C++ Entwicklern auseinandernehmen werde und mal schauen werde weil ich denke das ist zum Beispiel ein sehr wertvoller Beitrag für die Entwicklergemeinde im Allgemeinen dass du da eine neue Methode kriegst wie du diese Probleme in C++ Ebene angehst und ich denke das ist also durchaus interessant das da im Speziellen zu verbreiten und dann auch die ganze Android C++ Stack ist natürlich auch ein interessantes Thema da kann man dann auch was damit machen und da suche ich mir dann also praktisch Themen raus und suche mir dann raus was ist an diesem Projekt für Entwickler interessant und versucht das dann im Einzelnen für die Entwickler praktisch greifbar zu machen dass sie dann sagen können okay das ist tatsächlich interessant da möchte man damit arbeiten vielleicht kann man das ist ja Open Source freie Software vielleicht kann man das nehmen kann man das rausnehmen in einer anderen Applikation auch einbauen dann kann man da mitentwickeln und so weiter oder ja das ist wirklich interessant dass ich dann da jetzt anders programmieren kann jetzt möchte ich mal mit dem System ausprobieren ob ich da neue Applikationen mitschreiben kann kommst du dann damit auch auf die CeBIT zum Beispiel die CeBIT naja das ist mehr mehr Endanwender also ich konzentriere mich im Moment auf auf Entwicklerkonferenzen ich bin aber da auch noch am experimentieren was jetzt wirklich die geeignete Methode ist dieses Projekt zu verteilen unter anderem freue ich mich deswegen auch dass es Videos gibt von den Vorträgen weil die kann man dann natürlich auch im Netz verteilen und dann kann man damit ja wieder mit einem anderen Kreis von Leuten ansprechen wo man dann sagen kann da kann man irgendwo einen Artikel schreiben und sagen hier gibt es einen Vortrag könnt ihr euch anschauen und was drüber lernen und das sind also alles so kleine Stücke der Reihe nach die also mir helfen da mehr Material zu produzieren um dieses Projekt in der Entwickler dem Ende bekannt zu machen ja so hier noch also zum Schluss also das ist so das was wir uns vorstellen dass es so drei Applikationsbereiche gibt wo man Elastus verwendet Personal Clouds Portals quasi Webseiten die innerhalb von Elastus funktionieren Applikationen Dienste und Social Networking halt es gibt eben diese drei Bereiche der Plattform es gibt die Elastus Runtime es gibt das Peer-to-Peer Network und es gibt die Blockchain und die Geräte ja IoT Geräte Smart Terminals IoT Gateways IoT Devices IoT Sensors Mobiltelefone normale Desktop Geräte und so weiter ist alles ein Ziel ja hattest du eine Frage nein ok ja das war es im Prinzip hier sind noch ein paar Links Frenzen die man sich anschauen kann mit interessieren Hintergrundinformationen da ist zum Beispiel dieser Artikel über HTTP 2 da habe ich das mit den Cookies her zum Beispiel und ja das nochmal über mich meine E-Mail-Adresse martin.elastus.org ich mache außer Elastus Development Community Consulting das heißt ich biete diesen Dienst den ich jetzt für Elastus mache auch für andere Projekte an weil sie in irgendein Projektentwickler sucht dann kann ich auch denen helfen eine Beratentat wie man wie man das wie man das macht wie man an Entwickler rankommt und ich mache auch CTO Services also für Firmen die Hilfe auf CTO Ebene brauchen entweder als Teilzeit CTO oder weil die einen jungen CTO haben der weniger Erfahrung hat und der vielleicht noch jemanden zweiten hinter sich braucht wo er dann mal nachfragen kann ob das jetzt richtig ist oder wie man das angehen sollte und so weiter manchmal ist es hilfreich dass man sich an jemanden wenden kann als Mentor und so weiter oder halt meine Firma mit der ich Webentwicklung für Schulen für generell alles was mit Lernen zu tun hat mache Was tut du denn die Vorzeit? Vorzeit? Nein Vorzeit mache ich jetzt nichts mehr Vorzeit ist tot Ah Ja Das war's Vielen Dank Eine kleine Frage hätte ich bitte Bei einem der Texte ziemlich weit rechts unten ist das Wort Sandbox vollgekommen aber mit A geschrieben Ich habe geglaubt Ich kenne das Wort Sandbox Kann man mich vorstellen mit E Also okay Sandbox Sandbox ist Sandkasten Ja Sandkasten Die Idee ist Die Idee ist dass die Kinder im Sandkasten spielen und aus dem Sandkasten nicht heraus sollen Ja Dass alles was sie spielen im Sandkasten bleibt Ja Deswegen heißt es Heißt es so Ja Und du hast also dein Programm dein Programm deinen Bagger und deinen Sandkübel und der darf halt nur im Sandkasten arbeiten und der darf nicht draußen arbeiten und darf dann da nicht irgendwelchen Mist bauen und dadurch ist das sozusagen praktisch damit eingegrenzt das ist die Spielfläche Ja Ich habe eine Frage Ist das Projekt so weit dass ihr jetzt reingehen kann und das auf den Rast die 3 eine SD-Karte bespielen und ausprobieren kann Also die Runtime ist so weit Ja Die ist auch auf Da ist jetzt der GitHub-Link Die ist auf GitHub Das kann man sich also runterladen Man kann es bauen Die Dokumentation ist noch ein bisschen holprig Also ich war mit den Ich war dann einmal in Shanghai eine Woche und habe also mit den Entwicklern also das haben wir durchgearbeitet und sagen Okay, jetzt lassen wir das mal auf meinem Laptop laufen und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt Okay, hier ist die Anleitung so geht das Hier steht was nicht Da steht was nicht und so weiter Wie das halt so passiert weil eben sich Sachen verändern und da ist schon die neue Version und die Dokumentation ist nicht auf dem Laufenden Aber wir haben es hingekriegt Wir haben es auf meinem Laptop zu laufen gekriegt Da geht es aber Das Netzwerk Peer-to-Peer-Netzwerk funktioniert noch nicht und darum war das dann für mich erstmal noch nicht so interessant weil ich mich vor allem für Netzwerk-Applikationen interessiere und wenn jetzt im Laufe der nächsten zwei Monate das Peer-to-Peer-Netzwerk läuft dann werde ich mich da nochmal ordentlich hinsetzen und schauen Okay, jetzt können wir mal wirklich eine kleine Applikation schreiben wo zwei Programme zwei Computer miteinander kommunizieren können und das dann über Elastus läuft und dann wird es spannend Zumindest für mich Aber ja also rein wenn es darum geht damit zu programmieren ist ein Runtime ist schon da und man kann also schon was damit anfangen Man muss halt sehr viel Geduld haben und sehr viele Fragen stellen um um das dann tatsächlich da zu laufen zu kriegen im Moment das sind natürlich die Kinderkrankheiten die viele Projekte haben ein großes Problem ist hier natürlich auch dass viel Dokumentation auf Chinesisch existiert zum Beispiel zu diesem Runtime Introspection System gibt es ein 200-seitiges Buch auf Chinesisch und da stelle ich mir jetzt schon die Frage wie kriege ich das jetzt auf Englisch übersetzt Google Translate wird nicht gehen aber selbst einen normalen professionellen Übersetzer dafür anzuhören wird nicht gehen weil das die Kosten sind gar nicht einmal das Problem das Problem das Problem ist mehr dass du wirklich einen Programmierer brauchst um das zu schreiben das kann mich ein normaler Übersetzer machen und ich habe jetzt zum Glück ich habe einen Bekannten der hat hat glaube ich sowas wie Informatik studiert arbeitet jetzt aber als Übersetzer und ich muss da mal schauen wie ich überprüfe dass der wirklich eine gute Übersetzung macht und der hat mir schon vorgerechnet was das kostet das zu übersetzen das waren 10.000 RMB das sind also 1500 Euro oder so das ist gar nicht einmal so viel der ist also relativ günstig aber ich muss halt schauen dass er das für 200 Seiten ja er hat gesagt er braucht zwei Wochen dafür ok dann mal schauen aber wie gesagt das Geld ist gar nicht das Problem wir haben ja man muss es einfach dann nachher jemanden geben der dann da in die Doku was programmieren muss und wenn das geht ja eben genau und das idealerweise machen wir das in Parallelen dass wir also dann wenn der anfängt zu übersetzen und auch sehen können dass da wirklich was rauskommt damit das Geld dann nicht rausgeschmissen ist das ist ein schwieriges Problem und dann muss man mal schauen wie wir da was angehen das sind schon auf englisch stellen weiß ich jetzt gar nicht da müsste man müsste man mal einfach mal durch den Code durchschauen und schauen wenn die nämlich auf chinesisch sind haben wir natürlich dann auch noch da ein Problem aber ich kann mir nämlich durchaus vorstellen dass da auch viel auf chinesisch geschrieben ist wenn da irgendwo mal eine chinesische Zeit ist wird es vielleicht manche irritieren oder stören wenn aber man die englischen Kommentare quasi mit Krebs suchen muss das Problem wird eher sein die Qualität der englischen Kommentare wenn die Leute dann halt nur Englisch schreiben ab und zu und eigentlich gar nicht vor allem weil sie das produziert haben ja nicht unbedingt damit gerechnet haben dass das dann dahin führen wird das sind natürlich die Problematiken die zu meinem Aufgabengebiet in dem Projekt gehören das anzugehen naja ein bisschen eine Lösung dafür zu finden schauen wie wir das angehen eine andere Sache die ich natürlich auch mache zum Beispiel ist die Entwickler dazu bringen selber Vorträge zu halten zum Beispiel bei dem Runtime System habe ich das bei dieser C++ Konferenz angemeldet der Mensch der da wirklich Bescheid weiß der kann sehr gut Englisch sprechen fließend Englisch sprechen der traut sich aber nicht öffentlich zu reden das wird noch ein interessantes Thema werden wie ich den dazu bringe also ich habe dann angeboten wir gehen gemeinsam hin und wahrscheinlich wird es so laufen dass ich den Vortrag halte und er als Experte da sitzt und wenn wir dann wirklich die Hardware genau die Diskussionen machen und ich hoffe dass er sich dann auch mit den anderen da sind wir alles Programmierer und unter Programmierern ist man sich ja schnell gleich das ist alles nur eine Frage der Erfahrung dass man das lernt und sich daran gewöhnt dass das ja gar nicht so schlimm ist und hoffentlich geht das irgendwie aber müssen wir schauen das ist also so es ist eine interessante Aufgabe es ist eine interessante Problemlösung auch die Kultur denken wir verschieden wir kommunizieren verschieden da bin ich dann auch eine Brücke dazwischen wenn wir dann Entwickler haben aus dem Westen die Kommunikation da zu begleiten sage ich jetzt mal um also Missverständnisse da gibt es ja viele Gerüchte und Geschichten was da der Culture Clash eher höflich formuliert massiv ist der ja er ist massiv in den europäischen oder westlichen der Toten da reingeht und sich die chinesische Seite dann vielleicht vielleicht ein Decken vor den Kopf gestoßen fühlt genau einfach die ganzen Testcases liefert wo das Ganze bricht das ist ja schon schwierig in Europa zwischen Deutschen und Österreich zwischen Deutschen und Österreich und es vieler spielen und ein anderer nicht vieler ist es ist symptomatisch dass zwischen Deutschen und Österreich gerade genau die gleichen Dinge passieren wie zwischen zum Beispiel Chinesen und Deutschen und so ich habe noch eine andere Frage von der anderen Richtung und er kommt jetzt von der Anwenderseite ich komme jetzt von der Elastos Business Betrachtungsseite was ist jetzt da das Business Modell sozusagen dahinter also wollen die die wollen ja nicht das Elastos verkauft man sich oder wollen sie gar nichts verkaufen und wollen sie sich fördern lassen und mit dem was sie an Geld bekommen entwickeln sie weiter oder wie ist das gedacht oder wollen sie jetzt einfach einmal es ist eher Götter wir wollen uns das weiter tun und uns ist jetzt wir kein Business Modell wie ist wie schaut es aktuell gut finanziert zu sein vielleicht brauchen sie kein Business Modell aber gibt es vielleicht mag ich hier mal jemals rechnen 6500 6500 Bitcoins wie viel das jetzt wirklich ist ich weiß nicht wie viel zahlen es ist nicht wenig es ist schon erst mal genug Geld da um weiter zu machen das Modell vermute ich mal aber da weiß ich auch nichts genau es wird wohl hauptsächlich darauf hinaus laufen auf Partnerschaften wo man dann zum Beispiel mit Entwicklern und Firmen zusammen arbeitet die ihre Ablaktionen auf dem Elastosystem produzieren wollen und dass wir dann zusammen arbeiten dass die dann quasi die Entwicklung mit finanzieren um das Ganze dann möglich zu machen das ist die schlechte Nachricht die ich befürchtet habe meine Frage ist jetzt einfach nicht so lange sind Entwickler hinter dem Projekt stehen und vielleicht dann irgendwann mal wenn das Ding netzwerken kann 50 100 User drauf sind dann kann man sein Web of Trust Modell noch überblicken und da kann es funktionieren wenn ich da 25 Millionen Erste bin worauf lege ich dann mein Vertrauen das ist das gleiche Problem wie bei TRS und PGP aber hat hat ein alternativen Modell die Tools da ente die Blockchain die Kryptografie das B2B alles schön und gut aber das eigentliche Problem bleibt ja immer noch und wenn Investoren zum Beispiel die Stakeholder werden dann wird das wahrscheinlich mit einer Application Blacklist oder User Blacklist in deren Händen oder teilweise in deren Händen gehen da fürchte ich dass es wieder einfach ein anderes zentralisiertes System Seite werfen könnte ja da müssen wir schauen wie sich das entwickelt also der ganze Code ist ja frei Software Open Source das heißt es hindert niemanden daran das Ding zu nehmen und dann ihre eigene User Datenbank und ihre eigene Blockchain quasi dann damit laufen zu lassen und dann wenn es wirklich zu dieser Kontroll Situation kommt dann können wir praktisch das Projekt fordern und sagen ok wir machen jetzt wir ignorieren jetzt diese Kontrolleure da wir benutzen die Blockchain die die da jetzt in der Hand haben nicht und benutzen eine andere das Problem das Betriebssystem ist ja auch nicht auf eine bestimmte Blockchain festgelegt es ist durchaus so gedacht dass man da verschiedene auch miteinander konkurrierende Blockchain Systeme verwenden kann und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen da wird noch viel experimentiert werden es wird auch deswegen zum Beispiel absichtlich nicht jetzt mit der Blockchain experimentiert in dem Sinne dass wir jetzt ausprobieren was ist jetzt das beste Blockchain System sondern wir lassen das wir bringen das jetzt erstmal zum laufen und dann wenn das läuft dann können wir uns andere alternativen was ist das Hashgraph und was es sonst noch alles inzwischen gibt wo experimentiert wir schauen ja vielleicht ist dieses Blockchain System nicht das beste da gibt es vielleicht ein anderes aber wir schauen mal welches besser läuft und so weiter aber erst mal bringen wir ein System zum laufen von dem wir wissen wie es geht das gleiche mit Peer to Peer da wird nichts neu erfunden da benutzen wir das Standard DHT oder so System was im BitTorrent und anderen Systemen auch schon praktisch verifiziert ist dass es funktioniert aber wenn dann jemand ein neues Peer to Peer System erfindet dann kann man das auch da als Layer wieder einbauen und dann kann man experimentieren also das ist da müssen wir einfach schauen wie sich das entwickelt und was da passiert das ist noch offen da gar nicht so sehr die technischen Details ob das jetzt wie die Blockchain funktioniert oder das zu gut zu test dem oder so so glaube ich nicht der Knackpunkt ist wie worauf Gründe in mein Vertrauen also ja einerseits irgendwie wenn sozusagen ja das schön ich habe jetzt eine globale ID aber woher weiß ich jetzt irgendwie dass die ID mit der ich da gerade kommuniziere also der Inhaber dieser ID ob das Programm ist oder Person ist im Fall für den Anwendungszweck den ich gerade habe vertrauenswartig ist weil das ist ja auch nicht global das stimmt es kann ja sein also wenn man jemand eine Mail schicken will weil man keine Ahnung was auf meiner Website gelässt hat oder am Park in einem Gramm von mir gefunden hat oder sonst etwas dann ist das Vertrauen das ich brauche um die Mail zu öffnen ein anderes als wenn ich mein Vermögen anvertraue oder was anlege und vermehre da hast du völlig recht das ist genau eine Problematik da haben wir auch gestern oder vorgestern darüber diskutiert da hat jemand die Idee aufgebracht man könnte ja zum Beispiel die Banken verwenden um sozusagen als Rückfalt für die Identifizierung und dann habe ich mir gedacht Jahre hatte nicht ganz Unrecht wenn es um Geld geht interessiert mich ja eigentlich gar nicht wer die Person ist die da jetzt mein Produkt kauft sondern interessiert mich nur ob der flüssig ist und mich auch zahlen kann und wenn die Bank das bestätigt dann reicht mir das ja weil das ist mir dann wurscht wer das ist aber wenn ich die 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 kindern verschicke ja dann möchte ich wissen dass das auch wirklich jemand aus der familie ist und nicht jemand anders dem ich diese schicke da da habe ich eine ganz andere vertrauensfrage das ist völlig richtig da müssen wir einfach noch experimentieren da müssen wir einfach schauen was es für möglichkeiten gibt und wie man dieses problem angehen kann ich denke das ist ein großes offenes thema da ist ein kleines fragezeichen dabei so eine bank darf doch nichts bekannt geben welches recht man bekommt das recht zu bestätigen dass der flüssig ist das funktioniert ja jetzt auch schon die kreditwürdigkeit und so was da gibt es schon systeme das konto gedeckt ist wenn du mit der karte zahlst genau und du hast dich übertragen dann gehst du nach alles und nicht so richtig das geht aus bestätig ich verstehe zu wenig von der blockchain aber besteht vielleicht in diesen sidechains eine möglichkeit diesen zentralen block zu entkommen und ich sage gut dass das folgen dieses netzwerks wird wahrscheinlich nicht funktionieren wenn die großen content player nicht spielen weil dort wo netflix ist dort folge ich nicht mehr weg wenn ich Videos sehe da bin ich wieder allein aber es könnte eine Lösung setzen sagen okay die großen content deliverer die haben ihre blockchain und wir als linux community haben unsere blockchain kommunikation damit und ich habe in einem betriebssystem verwende ich beide kanälen oder noch mehrere aber kleine communities für messaging für eben diese social media aktivitäten zum beispiel durchaus kann man sich das so vorstellen ich komme wieder von der technischen seite und woher die 4k bitcoins funding und die zweck bitcoins funding kommen oder was weißt also die 4k das sind private investoren wo also praktisch die Leute die die gründer des projekts die sind also da die haben sehr gute kontakte die also wie gesagt mit neo das ist eins von den größeren blockchain projekten die auch mit dabei ist der einer von den gründern von bitmain einem der größten hardware hersteller für bitcoin mining hardware da gibt es zum beispiel eine zusammenarbeit dass wir ein sogenanntes merge mining entwickeln das also dann auf diese mining maschinen gleichzeitig für bitcoin und für elastos das mining passiert das also nicht doppelt und getrennt das machen muss sondern kann praktisch das mining was für bitcoin schon passiert mit benutzen um auch das mining für last zu machen wie genau das technisch funktioniert habe ich auch noch nicht gelernt das ist auch eine meiner aufgaben in den nächsten monaten das zu verstehen aber irgendwie geht das irgendwie geht das wo ich mir das jetzt naiv vorstelle liegt es daran dass du um einen block 10.000 versuche parallel machst und einer davon funktioniert und 1999 werden dann weggeschmitzen aber die kann man dann für was anderes verwenden also wenn du dann praktisch sozusagen du meinst 10.000 Lösungen und die eine passt auf bitcoin die andere passt auf elastos und so weiter wie das genau funktioniert weiß ich nicht das werde ich in den nächsten monaten er erarbeiten müssen indem ich mit den Entwicklern zusammen arbeite und von denen lerne wie das geht möglicherweise erhofft sich die bitcoin community über das blockchain thema das sowieso auch ja unter den Entwicklern vielleicht also ich finde das noch ein interessantes thema also zumindest von meinem Gefühl ist in der freien software open source community ist das blockchain noch nicht wirklich groß also da gibt es noch wenig und da ist vielleicht ein bisschen möglichkeiten da noch was zu machen und Leute zu finden ich weiß es nicht also wir werden sehen wir versuchen es zumindest ich war vor ein paar Wochen an technikologin da haben sie über blockchain geschichten erzählt und so 50% alles datamining alles ganze meinungsfindet überhaupt in china statt mit speziale e6 und packen die sie gebaut haben inzwischen schon seit jahren größer gibt es Leute die machen Geld dass du bei den mining hardware mieten kannst die stöpsel waren im container voll mit hardware das kostet so viel in der rocke stromkraft berg oder strom billiger ist in steht das meine in china ganz genauso und da aber natürlich in inzwischen mehr man gegnern also bitcoin ist er gewesen es gibt inzwischen ich weiß nicht 250 blockchains auf der offiziellen Seite wo sie alle gemistet sind je nachdem wie viel man rechnen muss mit welchen cpus machen andere blockchains zu rechnen kommerziell mehr sind die rechnen man nicht da ist ja das ist alles noch in der entwicklung kleine frage wieso kommt in diesem ganzen konvolut das wort cloud nicht vor in welcher bereich werden das cloud das ist die cloud die komiker reden drüber wenn wir hier fächer sind ja dass die und das das was ich gesagt habe dass es versteht das wirst du schon in einem satz naja was ist was ist cloud cloud ist ist ja im präzip nur dass ominöse wird ein reales Netz, also im Prinzip ist jeder Computer, der nicht mein eigener Computer ist, Cloud. Also so muss ich mir das denken in dem Moment. Und das kommt ja wahrscheinlich daher, dass man diese Netzwerkdiagramme ja immer so gezeigt hat, da habe ich am einen Ende meinen Computer, am anderen Ende einen anderen Computer und dazwischen wird dann so eine Wolke gezeichnet und das ist das Internet. Und deswegen hat dann jemand gesagt, das heißt jetzt Cloud. Ah, da hat sich der Begriff eingeblübert. Und deswegen, weil wir das alles schon länger verwenden, bevor dieser Begriff Cloud irgendwie beliebt war, brauchen wir diesen Begriff nicht, weil der im Prinzip nichts Neues anbietet. Jetzt hören Sie mal auf dazu. Oh, das ist so. Ich will mir das alles gern. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ja, übrigens, weil du gesagt hast, jeder Computer auf meiner Cloud. Das ist ja zum Beispiel so, wenn man Sound Cloud ist, wo man Sound Cloud ist. Und das macht er dann noch ganz brav. Ja. Na gut, gibt es noch irgendwelche Fragen oder sonst? Also, das ist das nicht, vom Internet.